Der Sommer neigt sich dem Ende zu, für den BTTC Grün-Weiß aber kein Grund zur Traurigkeit. Denn traditionell feiert der Tennis-Club im Berliner Süden sein großes Sommerfest. Doch bevor die große Party startet, stehen bei den Damen und Herren erstmal die vereinsinternen Meisterschaften auf dem Programm. Das Spätsommerretter hält und so konnte sich bei den Herren Sebastian Schnee in einem nervenaufreibenden Finale gegen Dauersieger Dario Homuth durchsetzen. Nach knapp zwei Stunden Spielzeit hieß es dann Games, Set und Match für den 22-Jährigen, der schon seit seiner frühesten Kindheit im BTTC Grün-Weiß aktiv ist. Also es ist der erste Sieg für mich hier und deswegen, wir haben ein bisschen drüber gequatscht. Letztes Jahr habe ich im Halbfinale verloren, das hat mich sehr geärgert und da habe ich gesagt, nächstes Jahr machen wir das. Aber deswegen war es umso wichtiger, dass ich dieses Jahr dann den Sieg nach Hause gebracht habe. Parallel schenkten sich auch die Damen bei ihrem Finale nichts und so wurde Tennis auf wirklich allerhöchstem Niveau geboten. Am Ende setzte sich Lena Althammer mit 2 zu 1 nach Sätzen gegen Vorjahressiegerin Benja von Barani durch und krönte damit eine erfolgreiche Saison. Also ich freue mich tierisch, es ist einfach ein schöner Abschluss für die Saison. Wir haben eine erfolgreiche Saison bei den Sommerverbandsspielen gehabt. Wir sind aufgestiegen in die Verbands-Oberliga und es ist einfach ein schöner Abschluss jetzt beim Sommerfest noch mit den Mädels zu feiern. Und ja, ich freue mich. Aber nicht nur auf dem Chor zeigten die Spieler Höchstleistungen, sondern auch auf dem anschließenden Sommerfest gaben die zahlreichen Vereinsmitglieder an Bar und Buffet alles. Denn der BTTC Grün-Weiß feierte in diesem Jahr großes Jubiläum. Schönes Jubiläum mit 70 Jahren. Seit 50 Jahren sind wir hier auf dieser Anlage. Eine wunderschöne Anlage und wir wollen da noch mindestens 70 Jahre draufbleiben. Also ich denke, dass wir einer der größten Vereine in Berlin sind. Wir haben 13 Plätze draußen und wir haben drei Hallen und von daher haben wir eine gute Basis, glaube ich, auch die nächsten 70 Jahre gut zu überstehen. Als Höhepunkt des inzwischen schon legendären Sommerfestes standen die Ehrungen der besten Mannschaft und des besten Spielers im Vordergrund. Bei ausgelassener Stimmung wurden die ersten Damen des BTTC als beste Mannschaft ausgezeichnet. Als bester Spieler durfte sich der zwölfjährige Paolo Vasquez über diese besondere Ehrung freuen. Ich finde es auf jeden Fall sehr toll, weil ich habe in denen jetzt gerade gehofft, dass ich auch immer werde. Ja, und jetzt habe ich es halt geschafft. Eine große Ehre. Wir haben uns sehr gefreut. Es war eine gar nicht so leichte Saison. Bis zum letzten Spieltag war es unsicher, ob wir es schaffen, aufzusteigen oder nicht. Da kam es auch auf das Ergebnis der anderen Mannschaften an und ja, wir haben uns natürlich unglaublich gefreut und ja, das ist jetzt das i-Tüpfelchen auf der Freude über den Aufstieg. Bis spät in die Abendstunden feierten die zahlreichen Gäste einen ganz besonderen Verein im Berliner Süden. Und man kann sich sicher sein, dass man hier auch in den nächsten 70 Jahren Sport, Spaß und Tennis erleben kann. Bis zum nächsten Mal.